Musik Das Katzenpatentier von Fallberg Online ist der Larry, ein etwa 10-jähriger Kater. Er wohnt seit April diesen Jahres im Tierschutzheim Dornbirn. Der Larry ist ganz liebe Katz, ist meine Lieblingskatze, ist ganz ein verschmuster. Bloß schaut er ein bisschen verrupft aus, leider. Ich glaube, darum hätte ihn bis jetzt auch noch niemand wollen. Aber er ist wirklich sehr verschmust und ganz lieb. Sein Schicksal ist eigentlich ungewiss. Larry ist ein Fundtier. Er wurde in einem sehr schlechten Zustand aufgegriffen. Der war ganz zerzaust und verrupft. Wahrscheinlich hat er einen da eine andere Katze gehängt vom Hübelt oder so. Also der hat wirklich schrecklich ausgelobt. Und jetzt haben wir ihn gesund gepflegt und jetzt haben wir ein neues Plätzchen für ihn. Am besten natürlich ein Haus mit Garten, wenn er von Russen kann. Leute, die Zeit führen haben, so man nicht das streicheln. Aber eigentlich sind sie gerne zu erspruchsvoll, die Katzen. Larry ist alles andere als ein räudiger Kater. Über Vorarlberg Online suchen wir für ihn, den lieben schmusigen Kater, ein neues Zuhause. Über Vorarlberg Online suchen wir für ihn, den lieben schmutzigen Kater, ein neues Zuhause. Über Vorarlberg Online suchen wir für ihn, den lieben schmutzigen Kater, ein neues Zuhause.